Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Ja und wir machen weiter. Es geht zum nördlichen Ende. Und zwar zu diesem sympathischen älteren Herren hier. Zu Anton Sokolow. Ja und den soll entführen. Dann wollen wir mal gucken, wie das so geht. Das hat man direkt passen. Ah, das ist doch bestimmt so ein klaubares Gemälde da oben, oder? Das wäre natürlich cool. Ich fände das gut. Ich fände das gut. Gut, ich meine, ich würde ja sagen, ne, das hat schon seinen Teil gebracht. In dem Sinne, dass ich jetzt halt ein bisschen weiter oben bin. Oben ist immer gut in der Hinsicht. Wie kriegen wir das denn jetzt noch auf? Das war zu lange abgekocht. Ich weiß auch nicht, ob es mit dem Abkochen überhaupt funktioniert. Es ist ein reiner, reiner Versuch in dem Sinne. Funktioniert. Wenn du dich zeigst, werde ich milde weiter lassen. Ach, wenn ein Schnurrhaus explodiert. Junge, 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 Junge. Ihr habt Ansprüche. Ja, hallo, äh, kleine Sperrexplosion. Das passiert schon mal. Wir sind in unsicheren Zeiten. Das ist ja nicht so, dass hier alles besonders bomben gesichert wäre. Da unten drin noch. Aber war die Rune eigentlich egal. Was haben wir vom Knochen hat vertreten gesammelt? Rattengeruch. Aha. Ach, pfff. Ich sag's ja, das ist alles irgendwie nicht so ganz das, was in meins Spielstil vorkommt. Deswegen bin ich da immer relativ, ja, unerstaunt drüber so. Sie haben doch nicht schon wieder nachgedacht, oder? Ich sag's, mich würde interessieren, ob das eins der klaubaren Gemälde ist. Nein, 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 Sir, nicht nachgedacht. Ich hab mich nur gewundert. Wenn Sokula von einem Heilmittel für die Seuche arbeitet, warum fragt er dann immer nach gesunden Bürgern? Ich meine, wenn sie verstehen, Sir, liegen überall im Runde. So. Sie haben keinen Sinn für die Naturphilosophie. Natürlich, weil die bereits Infizierten nicht lange genug leben, um Sokolov irgendwelche nützlichen Infizienmonen zu bieten. Ach, komm. Ja, wo steht jetzt... Die Kombi. Warum sollte ich mir um da ehrennden Gedanken machen? Sie sterben früher oder später sowieso. Ich wundere mich besser über die geräuschlosste Lager. Halbe Stadt ist tot. Wir werden keine drei Monate mehr überleben. Worum ging es da? Viel besser. Sie werden es weit bringen, Grayson. Ja, das ist jetzt natürlich... Hast du das gehört? Hast du gehört, was diese Wachen gesagt haben? Sprich doch bitte leiser. Ja, habe ich. Aber was soll ich dagegen unternehmen? Ich mach jetzt mal einen Schuh ziehen, kleinen Trick. Wir werden sterben. Dieser wahnsinnige Sokolov wird etwas Schlimmes mit uns machen. Wir müssen entkommen. Sie werden dich hören. Wenn du einen Plan hast, dann schieß los. Ansonsten lenk keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns. Safe Combinations, genau. Ähm. Wüsst. Weil ich habe schon mal ein Safe durchprobieren in einem Let's Play geöffnet und habe gemerkt, das ist keine gute Idee, eine halbe Stunde dieser, äh, dieser, dieser Sachen sozusagen, ähm, zu machen. 294. Äh, ich sage euch auch kurz, wo man den gefunden hätte. Äh. Ach so, ja, wenn man, wenn man diese Lichtwand da unten disabled, was wir gleich noch machen werden. Also können wir das jetzt auch machen. Können wir uns quasi sagen, ja, das war, war fair erspielt. Oh, ja, das war, war fair erspielt. Oh, ja. Du den Waffen, da los, stopp schon. Ups. Das Öl in diesen Dingern ist viel zu schnell ab. Das Öl muss aufgebraucht sein. Ja, das, das ist, das Öl ist aufgebraucht. Das schau ich mir mal besser an. Ja, das kannst du tun, oder? Gibt es ja keinen Ersatztank, ne? Äh, jetzt scheiße, wenn es einen geben würde. So was ja gesagt, 294, ne? So, guck mal, da sind auch wieder zwei Betäubungsfälle, da kann man mit der Arbeit. Gut. Kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Ziel. Beim guten alten Sokolow ins Haus kommen. Da ist keiner drin, das ist gut. Aber 20 Münzen, 20 Münzen sind auch schon mal gut. Wie gesagt, wir arbeiten uns ja wieder so, ja, quasi meterweise eigentlich vor, ne? Ist jetzt ja nicht der schnellste, die schnellste Variante hier unten. Guck's mal. Mensch. Ja, die Hunde hat nehmt mir natürlich mit. Verehrensache. Und bevor das da vergammelt. Oder es am Ende noch irgendeine von der Wache in den anfällt. So. Wir sitzen da oben aus. Überwiegend ruhig. Überwiegend ruhig gefällt mir. An die Mission kann ich mich, muss ich ehrlich gesagt sagen, nicht mehr so wirklich erinnern. Deswegen. Also bei der, bei der, bei der... Golden Cap, da hatte ich quasi ne Idee. Wie es hinterher war. Da geht hier, weiß ich nur noch, dass es glaube ich so ein Gewächshaus ist. Und dass wir uns da hier einbrechen. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Die Chancen stehen gut. Ja, genau. Ich nehm auch mal den Haupteingang. Was ist denn auf den Plan gekommen? Der ist auch irgendwo der Exkriptionspark, ne? Lüster. Haus im Haus, das ist schon mal sehr gut. Wobei man hier ja wahrscheinlich wirklich noch den Haupteingang geben könnte, weil die ja so weit auseinandergezeigt werden. Nee. Ich glaube, wir machen das auch, ne? Wir warten jetzt bis der hier wieder. Dann tippen wir uns da runter und dann ledigen wir uns dem Typen. Ganz heimlich, still und leise. Jetzt guck mal erstmal hier, hier gibt es doch wieder was zum Einsammeln. Kurz vor der Zwischenspeicherung. Das ist gut. Ähm. ich habe das bringt mich jetzt wiederum nicht weiter hier unten ich habe so eine etwas abstruse idee und zwar ob man sich so in prinzipium recht nicht von hier und dann kann sie sich dann auf dieses mührrad schwingen kann das würde ich gerne mal ausprobieren einfach aus spaß wenn er wieder hier unten steht dann bin ich fast geneigt einen betäubungsfall zu umfang die lage ist schlecht könnte es um die stadt noch schlechter stehen ja natürlich so Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, wenn wir hierfür ein bisschen Ruhe sorgen, dann könnte das nicht auf dem Rückweg auszahlen. Weil wie gesagt, wir müssen den Sokolov ja auch noch mitnehmen. Das könnte sich als einer der Twists sozusagen herausstellen. Deswegen arbeiten wir jetzt lieber mal ein bisschen chirurgischer. Wobei ja interessanterweise, für den bisherigen Playthrough hätten wir tatsächlich das Achievement Chirurg bekommen. Weil wir nämlich an der Coulthornbrücke sind und bis dahin nur maximal 10 Personen, in unserem Fall keinen, getötet haben. Das ist ein Achievement. Der Chirurg. Ich betreue dem Motto, er pickt sich seine Opfer halt so raus, dass man da einigermaßen mit arbeiten kann. Muss ich den noch manipulieren? Naja, muss ich den manipulieren. So. Jetzt müssen wir den Onkel Sokolov nur noch finden, ne? Ah, es wäre gegangen, glaube ich, was ich mir überlegt habe. Aber jetzt sind wir ja schon drin. Ah, das kann man sehen, aufzocken, ne? Ich muss diese Stelle behalten. Er sagt, bringen Sie einen Flascher, ich bringe eine Flasche. Er sagt, bringen Sie Essen, ich bin... Was wir in High Ground gewinnen? Das ist ja so ein Blitzding ist, ne? Was soll ich jetzt machen? Was ist da oben? Oh, gut. Was? 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 Das ist aber gut. Geht's denn jetzt sind wir neben dem Wald? Ich sag dir doch, die Kinder nicht rauslassen. Ich sag dir es jedoch. Oh, das ist doch so. Ich sag dir, dich Online-Sendung. Das war's für heute. Ich steuere mich mal ein bisschen, ein bisschen unpräzis. Der hat uns da ist. Ich steuere mich mal ein bisschen, ein bisschen unpräzis. Der wird jetzt alles trotzdem aufmerksam im Sinne von, oh da ist ja die Wahlölbatterie kaputt. Guck ich mir das mal an und dann war's das. Die Nachtsicht ist schon echt hilfreich, muss ich sagen. Was ist der denn jetzt eigentlich? Der hat uns da ist. Aber wahrscheinlich der von der ganz anderen Seite ran, oder? Nein. Das nicht. Aber... Oh, ich hab der uns. Das ist der ganze Euler, wo die Wunde gegangen ist. Der hat uns da ist. Der Tank in diesen verdammten Dingern ist viel zu klein. Ich hab... Ich hab... ... Wo kommt der denn her? Der hat etwas ausgedehnte Runde, oder wat? Der ganze Ort ist vor die Hunde gegangen. Oh, scheinbar ist auch keines der besagten Gemälde. Ich bin einfach mal auf der Suche danach, wenn ich welche sehe. Ja, wir wollen jetzt mal hier runter, nu? Das heißt, er soll ja nur das Untergeschoss quasi. Ich glaub, wir gehen noch mal vorne raus. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht einen doch besseren Weg finden. Weil das scheint nicht das Haus zu sein, in dem Sokoloff wirklich sitzt. Das ist das Problem gerade. Das ist natürlich wieder ein bisschen Spielzeit für die Cuts, aber das kennt man ja mittlerweile bei mir. Guck mal, hier wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, einfach ran zu gehen. Also wie gesagt, wir haben so nach und nach die Levelarchitektur erkundet, und das ist schon verdammt erstaunlich. Ich weiß nicht, was man teilweise so findet. So, ich würde ja gerne da hoch. Weil da war es jetzt offensichtlich nicht drin. Also wir müssen jetzt mal eine Etage höher gucken, ob man da was hinkriegt. Aber da ich hier schon mal eine Wache gesehen habe, möchte ich die eher mal ausgeschaltet wissen. Aber nicht, wenn es an einer der Sichtkante steht. Weil die Idee ist halt quasi folgendes, dann sich an den Haken zu teleportieren und da hoch zu gehen. Und ich glaube, da kommt man wesentlich einfacher rein und auch vielleicht wieder raus. Aber mal raus muss man zum Noten mal ein bisschen nachdenken. Das ist ein bisschen tricky alles. Was? Sag mir, die dachte ich, was die Entfernung ist. Ja, also wenn da einer stehen würde, würde ich es sehen. Okay. Na, der hat nur aufgeraucht, okay. In der Hoffnung, dass da oben nur einer steht, ne? Deswegen mache ich jetzt mal keinen Quick-Safe. Oh, wo ich eventuell schnell reagieren kann. Aber hier kann man gar nicht rum, ne? Ja, da ist das natürlich... ich schon, aber... Als Wache guckst du da nicht rum. Ne, hier jetzt auch nie rumkommst, dann nicht hier eigentlich ganz gut. Und hier scheint ja zumindest keine Wache zu patrolen, ne? Da ist da ist... Ne. Das war sozusagen die goldene Einladungskarte. мы dachten für mich. Ja, das war schon ein paar Leute drin. Nee. da ist er doch ja sie sind heiß das ist auch wieder genau mein Humor das ganze die ganze Hütte voll mit Wachen und Co aber sich selbst nur hier in meine Hoffnung ruht auf Formel 25 die in Verbindung mit einer Hitzetherapie die mir letzte Nacht im Traum erschienen großes Potenzial besitzt wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet was Testsubjekt 312 angeht soll es läuft so einigermaßen ne raus da komm vielen Dank wer immer sie sind er hielt mich in einem Käfig wie ein Tier die Schmerzen sind unerträglich also werde ich mich zurückziehen und gehen wenn es mir besser geht ja immerhin kommst du hier raus ne man ist ja kein Unmensch ganz im Gegensatz zu dem sympathischen Herrn den ich gerade trage der ist schon mal gar nicht so geil drauf so wo muss ich jetzt hin na gut das dürfte nicht das Problem sein ne wenn wir mal ehrlich sind wenn wir mal ehrlich sind so 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 der kaiserliche Arzt persönlich hervorragende Arbeit bringen sie ihn her dann wegen werfen ja wo der hübsch ne ja in dem Sinne sag ich jetzt noch ja damit haben wir diese Mission auch geschafft gucken uns ganz in Ruhe noch mal hier die Statistiken an wir haben gar kein Gemälde gefunden ich bin sehr enttäuscht natürlich nicht aber wir haben den Geist und niemanden getötet das ist wieder mal wichtig das hatten wir nämlich im letzten Mal in der in der Golden Kette nicht das ist eigentlich ganz schön gut das wärs soweit ne in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und beim nächsten Mal gucken wir uns an die nächste Mission an weil die haben wir ja geschafft bis dahin macht's gut und tschüss